Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Heute geht es um das Thema, das eigene Warum finden, Purpose entdecken, Leidenschaft erkennen, die Berufung finden. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tat mich lange Zeit schwer mit diesem Thema. Da werde ich gleich im Folgenden noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das Wort Purpose kommt aus dem Englischen, hat mehrere Bedeutungen, bedeutet so viel unter anderem wie Sinn, Erfüllung, etwas bezwecken. Man könnte auch sagen, es ist eine Vision, könnte man so mit definieren. Aber eigentlich ist es völlig egal, welches Wort du da wählst. Ich nenne es halt immer gern das eigene Warum kennen. Es ist aber wie gesagt völlig egal, welches Wort du nimmst, weil es im Kern eigentlich immer ums Gleiche geht. Es geht einfach darum, herauszufinden, was du gerne tust und was du eben nicht gerne tust. Was dich antreibt, was dir Energie gibt und was dir Energie nimmt. Ich habe irgendwann für mich mal angefangen zu definieren, okay, die Dinge, die mir Energie geben, sind gut. Merkst du auch, weil es dir gut geht, weil du Bock hast, was zu machen. Und dann gibt es halt Dinge, die rauben dir Energie. Und die habe ich versucht, immer Schritt für Schritt dann immer so ein bisschen abzugeben oder dementsprechend sogar ganz zu eliminieren, wenn sie nicht notwendig waren. Aber dazu noch gleich ein bisschen mehr. Heute möchte ich dir eben einfach vier Schritte und ein paar Techniken mitgeben, wie du deine eigene Leidenschaft, dein eigenes Warum quasi finden kannst. Und ich tat mich, wie gesagt, lange Zeit damit schwer, dieses Warum herauszufinden, weil ich immer gedacht habe, okay, es muss dieses eine Ding geben. Dieses eine Ding, das ist es, was mich morgens aus dem Bett reibt und was mir quasi von alleine den Erfolg bringt, weil ich es so gerne eben einfach tue. Und musste dann aber immer feststellen, wenn ich so dachte, okay, jetzt habe ich dieses eine Ding, habe ich dann festgestellt, ist es doch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe viele Sachen ausprobiert, von Tabellen erstellen bis über Meditation, aber irgendwie bin ich einfach auf keinen grünen Zweig gekommen, weil mir hat es auch niemand gezeigt, wie ich es richtig machen kann. Ja, und dann habe ich einen Tipp von einem Freund bekommen, der hat zu mir gesagt, ey, du hast den falschen Blickwinkel. Ja, und dann habe ich einfach so den Blickwinkel ein bisschen verändert und er hat zu mir gesagt, hey, tausch doch einfach mal das Wort Warum durch ein anderes aus. Und dann habe ich das Wort Warum durch das Wort Kompass ausgetauscht. Und ab dann fiel es mir eigentlich total einfach, weil der Kompass ist ja etwas, was dir die Richtung gibt, ja, und daran kannst du dich eben dann orientieren. Und so, das war für mich eben einfach den Blickwinkel, der neue, das war etwas, mit dem konnte ich halt einfach arbeiten, ja. So, und warum ist es jetzt aber gut, dass du, ja, dich auf die Suche machst, dein eigenes Warum, ja, herausfindest, wie ich es immer sage. Ja, das ist die wichtigste und eigentlich geilste Sache, die du in deinem Leben tun kannst, ja, das eigene Warum rauszufinden, weil es hilft dir, dass du nicht mehr fremdgesteuert durch die Gegend rennst, ja. Es hilft dir dabei, ja, deinen Fokus zu behalten, weil es gibt da draußen so viele Menschen, die erzählen dir, ja, Dinge, die aus ihrer Sicht für dich richtig wären, ja. Ja, und wenn du jetzt halt nicht weißt, warum du was tust, ja, dann nimmst du das einfach so ungefiltert an und setzt es dann halt um, ja, egal, ob das jetzt erstmal richtig oder falsch ist. Wenn du aber dein Warum kennst, wenn du weißt, wo du hin willst, was du gern tust, was du nicht gern tust, dann kannst du anhand dieser Dinge eben entscheiden, ob du das annimmst oder nicht. Es weist dir quasi die Richtung und es hilft dir, ja, Krisen zu meistern. Im Leben ist nicht immer Sonnenschein, ja, es ist nicht immer Ponyhof, sondern da geht es auch mal richtig zur Sache, da können Probleme auftauchen und wenn Probleme auftauchen, dann kann es halt auch durchaus mal, ja, ja, interessante Erlebnisse geben, wie auch immer. Und wenn du dein Warum kennst, wenn du deine Motivation kennst, ja, warum du gewisse Dinge tust, dann hilft dir das einfach dabei, diese Krisen auch zu überstehen und dran zu bleiben, ja, und weiter deinen Weg zu gehen, deine Richtung zu gehen. Und es hilft dir dabei, ja, deine Komfortzone regelmäßig zu verlassen, ja, es hilft dir dabei, einfach die Dinge zu tun, ja, die getan werden müssen, ob du jetzt gerade Bock drauf hast oder nicht, ja, es hilft dir einfach dabei, ja, heute auch mal, wenn du Angst vor einer Aufgabe hast, ja, oder wenn du, ja, kein Bock auf irgendwas hast oder aber im Umkehrschluss, wenn du richtig Bock auf eine Aufgabe hast. Es hilft dir einfach, die Dinge dann trotzdem zu tun, wenn dein Warum, ja, wenn die Gründe, ja, dahinter groß genug für dich sind und dann hilft dir das Ganze. Okay, aber jetzt habe ich lange genug gequatscht, ähm, was brauchst du dazu? Es gibt ein paar Dinge, die man, die man für sich herausfinden muss, ja, wenn du das eigene Warum kennen willst, dann geht es halt viel darum, dass du, ja, dich mit dir persönlich beschäftigst, ja, dass du herausfindest, wie du tickst, was du für ein Mensch bist. Und das Erste, was du herausfinden solltest, ist, ich hoffe, du kannst es lesen, dass du deine Werte erkennst, ja, dass du einfach weißt, für welche Werte du stehst. Und da will ich gar nicht groß drauf eingehen, sondern ich will dir gleich die zwei Techniken zeigen, wie du dazu verwenden kannst. Ähm, zum einen kannst du hergehen und kannst einfach ein Blatt Papier nehmen, kannst deine Werte aufschreiben, ja, die dir so eben einfallen. Wenn es dir so geht wie mir, dann fällt dir das vielleicht ein bisschen schwerer, ja, ähm, deswegen habe ich für dich eine Werteliste erstellt, die kannst du dir dann, ja, in den Shownotes quasi runterladen. Das ist dann ein Blatt Papier, da stehen verschiedene Werte drauf und dann kannst du einfach für dich durchgehen und mal ankreuzen, was für dich, ja, so die wichtigsten Werte sind. Dann gibt es eine, ähm, eine weitere Möglichkeit, du kannst deine Werte, ähm, relativ easy rausfinden, wenn du es anhand der Lebensbereiche machst, ja. Wenn du einfach mal hergehst und aufschreibst, okay, in welchen Lebensbereichen bist denn du unterwegs, ja, wo bist denn du aktiv? Du bist vielleicht, ähm, oder machen wir gerade ein Beispiel, ähm, Lebensbereich, Arbeit, ja, deine Rolle in dieser Geschichte ist, ähm, du bist Unternehmer oder Selbstständiger. Ja, und dann kannst du einfach anhand dieser Rolle definieren, was ist dir an dieser Rolle eben halt einfach wichtig, welche Werte sind es? Du koppelst quasi die, die, die Werte an die Rolle und kannst so dementsprechend herausfinden, okay, ähm, was ist mir wichtig? Wenn dir zum Beispiel, bleiben wir ein Beispiel von Unternehmer, könnte zum Beispiel, ähm, ein Wert sein, Ehrlichkeit oder Zuverlässigkeit oder solche Dinge, ja, ähm, dann hast du quasi auch einen Punkt. Und wenn du das mit allen Lebensbereichen durchgehst, dann hast du quasi für deine Lebensbereiche die wichtigsten Werte dann eben dementsprechend definiert. Was musst du noch wissen? Du musst deine Stärken kennen. Auch hier, ja, kannst du in der Regel, oder theoretisch so vorgehen, wie, ähm, wie hier oben, ja. Auch hier habe ich dir eine Stärkeliste gemacht, wo du einfach deine Stärken durchgehen kannst, einfach mal für dich spontan, wo das, was dich anspricht, einfach ankreuzen. Verhilft dir, ähm, zuerst mal eine grobe Richtung zu kriegen, einen guten Überblick zu kriegen. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, du kannst es anhand von Tests machen, ja. Und da gibt es zum Beispiel den Gallup Strength Finder, das ist ein, ähm, kostenpflichtiger Test, wo du deine Hauptstärken quasi, ähm, herausfinden kannst. Und was ich dir empfehlen kann, ist der Stärkennavigator von der Svenja Hofert, ähm, den habe ich selbst, äh, in Verwendung. Ich schaue mal kurz, ob ich den hier irgendwo habe. Ja, hier habe ich ihn. Ähm, richtig coole Sache, ja. Ähm, beantwortest ein paar Fragen und dann kannst du, kriegst du eine Auswertung direkt per E-Mail zugeschickt. Kann ich also nur empfehlen, ähm, ob das jetzt seit 100% deine Stärken widerspiegelt, das weiß ich nicht, ja. Ähm, ähm, aber was diese Dinge auf jeden Fall tun, es gibt eine grobe Richtung vor. Und dann kannst du hergehen und kannst diese Stärkenliste nehmen, einmal für dich erarbeiten. Und du kannst dir dann fünf Leute, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, fünf Menschen, ähm, raussuchen, die dich gut kennen, ja, die dich gut einschätzen können. Und einfach die Leute mal fragen, hey, gibst denen einfach das Blatt Papier und sagst, du kreuzt mal, ja, die zehn Stärken an, wo du an mir siehst, die auf dem Blatt stehen. Ja, und dann machen die ihre Kreuze, ja, und dann kannst du einfach mal fragen, hey, warum, warum hast du das jetzt angekreuzt, warum siehst du diese Stärke an mir, ja. Und dann wirst du einfach sehen, dass es dort ziemlich coole Erkenntnisse gibt und dass die eigene Wahrnehmung nicht unbedingt immer, ja, ähm, gleich ist mit der Wahrnehmung der anderen, ja. Also auch hier kriegst du einen super guten Überblick, was du bisher gemacht hast, du hast deine Werte herausgefunden, du hast deine Stärken entdeckt. Jetzt kommt der dritte Punkt. Jetzt kannst du einfach mal hergehen und kannst dir notieren, was machst du eigentlich gerne, was machst du nicht so gerne. Das ist einfach eine Fleißarbeit, ja. So, und wenn es dir jetzt so ähnlich geht wie mir, dann ist die Problematik bei dieser Sache einfach die, wenn du dich hinsetzt und einfach schreibst, was mache ich gerne, dann kann es passieren, dass dir da nicht so viel, so dolle viel einfällt. Also so ging es mir. Deswegen kannst du das umdrehen und einfach das Pferd von hinten aufzäumen. Das heißt, du nimmst dir vier Blätter, vier leere Blätter, suchst dir einen großen Tisch und breitest die dort aus. Auf das erste Blatt schreibst du als Überschrift drauf die Dinge, die ich nicht gern mache. Du kannst auch draufschreiben, auf was ich gar keinen Bock habe, ja. So, und bevor du irgendwelche andere Blätter beschreibst, machst du nichts anderes, wie einfach zu notieren, was mache ich überhaupt nicht gerne, ja. Da können Sachen draufstehen, zum Beispiel, ich hasse es Buchhaltung zu machen oder ich hasse es Leuten hinterher zu telefonieren. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Menschen, die nerven, ja. Du kannst da draufschreiben, Kunden, die dich nerven. Es geht nicht darum, das zu bewerten, es geht einfach mal darum, herauszufinden, was du eigentlich, auf was du gar keinen Bock hast, ja. So, und dann nimmst du das zweite Blatt und da kannst du draufschreiben, Dinge, die ich gern mache. So, und jetzt hast du auf diesem Blatt keine andere Aufgabe, wie das, was du auf dem ersten Blatt notiert hast, ja, ins Gegenteil zu verkehren, ja. Du kannst quasi aus Mist Gold machen, so. Dazu aber gesagt, auf dem ersten Blatt so lange schreiben, bis dir wirklich nichts mehr einfällt, bis du komplett leer bist, bis du wirklich, bis du dich so richtig ausgekotzt hast, ja. Wirklich alles draufschreiben, so, und dann verkehrst du das quasi im zweiten Blatt ins Gegenteil. So, drittes Blatt ist, du nimmst jetzt diese bleiten Blätter, ja, und schaust dir das Ganze an. Dann wirst du dort gewisse Erkenntnisse erfahren. Glaub mir, das wird so sein, ja. Ja, und dann kannst du dir auf diesem Blatt einfach zusammenfassen, ja, dass du einfach mal so siehst, okay, welche Punkte, ja, kann ich denn vielleicht zusammenfassen, ja, was ist denn so öfters, ja, was kommt öfters vor. Und das einfach so in größeren Punkten zusammenfassen, dass du einen Überblick kriegst. Und das führt einfach dazu, bei mir zum Beispiel, wenn dann draufsteht, ich hasse es, Buchhaltung zu machen, ja, dann kannst du dir jetzt im vierten Schritt einfach überlegen, und das machen wir jetzt einfach mal. Also, kannst du dir im vierten Schritt überlegen, okay, wie kann ich das Ganze eigentlich lösen, ja, wenn da zum Beispiel draufsteht, ich hasse Buchhaltung, dann könnten zum Beispiel Möglichkeiten sein, die notierst du einfach dann dahinter, Buchhaltung an Mitarbeiter einstellen. Könnte sein, Buchhaltung an Steuerberater abgeben, könnte sein, Buchhaltung an externen Dienstleister abgeben, also was auch immer, ja. Es geht jetzt auch gar nicht darum, ob du das jetzt umsetzt oder nicht, ja, es geht jetzt erstmal darum, einfach das Ganze zu analysieren, und dann hast du schon mal, ich sag mal, auf diesem vierten Blatt so einen Aktionsplan, ja, wo du, beziehungsweise, Entschuldigung, auf dem dritten Blatt so einen Aktionsplan für ein glückliches Leben, ja, wo du einfach, ja, drauf, wo einfach draufsteht, ja, wo deine Richtung ist, ja. Du hast da einen guten Überblick über deine Richtung und kannst dann dementsprechend, ja, das Ganze Schritt für Schritt, so wie es, a, deine finanziellen Möglichkeiten, deine zeitlichen Ressourcen, so wie du sich das Ganze einfach, ja, wie es für dich halt eben machbar ist, kannst du das abarbeiten, so. Und dann kannst du aus diesem ganzen Gebilde hier, ja, kannst du deinen Kompass entwickeln. Das heißt, du nimmst das vierte leere Blatt, schreibst drüber, was weiß ich, Kompass oder irgendwas, was dich halt motiviert, mein Weg, meine Richtung, und dann definierst du einfach so einen Schlüsselsatz für dich, ja, wo du, das könnte zum Beispiel im Beispiel unseres Unternehmers, im Selbstständigen einfach sein, ähm, wenn zum Beispiel auf deinem Blatt steht, äh, ja, ich hasse nervende Menschen, ähm, ich mag nicht Menschen, Kunden hinterher telefonieren, ähm, ich hasse die Buchhaltung, ja, ähm, Dann könntest du daraus vielleicht zum Beispiel einen Satz formen, der dann in der Art und Weise lautet, ja, ich bin Unternehmer, ja, oder wills werden, ähm, ich möchte meine Zeit mit Menschen verbringen, die, die positiv sind, die was bewegen wollen in ihrem Leben und, ähm, ich möchte mein Wissen an Menschen weitergeben, die mein Wissen auch wertschätzen, ja, und die mit mir zusammenarbeiten wollen, weil sie das, was ich tue, gut finden, ja, so zum Beispiel. Jetzt hast du natürlich noch lange nicht deine Leidenschaft oder die Berufung an sich gefunden, aber du hast einen Kompass, du hast einen guten Weg, du hast eine gute, äh, äh, eine Ausrichtung für dich, was für dich in die Tüte kommt und was nicht, ja. Und wenn du, und, was wollte ich jetzt sagen, ja, und wenn du, ähm, das für dich gemacht hast, dann ist damit die Aufgabe aber noch nicht beendet, sondern, ja, du kopierst dir das Ganze einfach auf dein Handy, ja, kannst du sehr gut mit Evernote machen, ähm, den Link zu Evernote packe ich mal in die Shownotes, ähm, ähm, Evernote ist einfach ein, ein Tool, was, ähm, was ich auf dem iPad hab, was ich auf dem PC hab, was ich auf dem Handy hab und immer, wenn ich irgendwie dort was eintippe, ist es gleichzeitig auf allen Geräten synchronisiert, ähm, ist quasi mein, ja, so ein digitales Gehirn, ja, das ist mein Notizbuch an, äh, schlechthin. Und, ähm, dann kopierst du dir das rein und nimmst dir einfach mal über einen Zeitraum, was weiß ich, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, am besten machst du es immer. Immer Zeit und musst das Ganze ja nicht immer von vorne machen, sondern einfach die Punkte immer weiter ergänzen, ja, die Werteliste vielleicht, weißt du, das Leben ist ja auch nicht starr, vielleicht ändert sich ja mal was in deinem Leben, ja, ähm, das Leben ist ja nicht immer so, so wie so eine Autobahn, sondern ist ja eher so ein Fluss, ja, und, ähm, und so wie der Fluss, halt eben Kurven hat, so ist es in deinem Leben auch, ja, Dinge verändern sich, du veränderst dich, ja, und, äh, dementsprechend können sich natürlich auch diese Dinge hier, ähm, ähm, ja, vielleicht ändern, ja, wirst du dann sehen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du, und das verspreche ich dir, immer näher da rankommen, ja, was für dich wichtig ist, du wirst immer näher an dein Warum rankommen. Und wenn du das geschafft hast und dein Warum wirklich gefunden hast, dann, ja, liegt dir die Welt zu Füßen. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, der, ja, die Tipps, die Vorgehensweise war für dich hilfreich, so wie sie für mich damals hilfreich war und immer noch hilfreich ist. In diesem Sinne, ja, wünsche ich dir jetzt alles erdenklich Gute, weiterhin maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer.